Es hat geklopft. Das wird doch wohl hoffentlich kein Schüler sein. Wenn ich etwas nicht ertrage, dann sind es Schüler um halb drei. Schüler um halb elf sind genauso schlimm. Man könnte fast glauben, das hier ist eine Schule. Wenn wir einfach gar nichts machen, geht es vielleicht von selber wieder weg. Ja, oder wir machen einfach auf. Das könnte Ihnen so passen. Wer sind Sie überhaupt? Sie bleiben jetzt alle hier. Hätten Sie nicht besser auf unseren Herrn Mertens zielen können? Sie machen Ihre Konferenz jetzt hier sofort. Und am Ende bekommt mein Fabian den Punkt. Der steht ihm zu. Danke Ihnen. Und was machen wir jetzt? Hast du doch gehört, wir beraten jetzt über den Sohn. Warum hat er denn einen Punkt zu wenig? Weil es so in meinem Notizbuch steht. Das Einzige, was Sie bei der Arbeit stört, ist die Anwesenheit von Schülern. Ein Sonnett von Shakespeares Lebensfreude. Aber was die jungen Leute heute antreibt, sind nichts als niederste Bedürfnisse. Nirgends wird so viel gepumst wie bei Shakespeare. Das weiß sogar ich als Sportlehrer. Ich hasse die Jugend nicht. Ich kann sie nur nicht ausstehen. Ich werde auf Hochzeiten eingeladen und auf Taufen. Kein Wunder, Sie sind wahrscheinlich jedes dritte Mal der Vater. Stimmt das? Du hattest was mit Schülerinnen? Die waren alle 18. Jeder gegen jeden und jeder nur für sich. Wir sollten uns nicht zu Göttern aufspielen mit unserer Notenmacht. Und wir sollten den Kindern nicht im Weg stehen. Unter den gegebenen Umständen. Und weil wir alle nicht frei von Fehlern sind. Die sitzen aus mit dem Punkt. Lecken Sie mich am Arsch. Möchte jemand einen Apfelschnitz? Nicht?